In diesem Video zeigen wir euch Schritt für Schritt, wie wir bei der arteriellen Punktion im klinischen Alltag vorgehen. Bevor man ins Patientinnenzimmer geht, sollte man sich gut vorbereiten und mit den Materialien vertraut sein. Schauen wir uns einmal gemeinsam an, was für eine arterielle Punktion alles notwendig ist. Man benötigt ein paar Handschuhe, das Desinfektionsmittel, ein Fixierpflaster, keimarme Tupfer, einen Abwurf, das Butterfly, ein BGA-Röhrchen und den Membranadapter. Um eine ausreichende arterielle Versorgung der Hand nachzuweisen, muss man den Ellen-Test durchführen. Dazu werden beide Arterien, also die Arteria radialis und die Arteria ulnaris abgedrückt. Dann bittet man den Patienten, wiederholt die Hand zur Faust zu schließen. Wird nun die Kompression an einer der beiden Arterien aufgehoben, sieht man direkt, dass sich die Hand ganz schnell wieder rosig färbt. Dies weist auf eine gute Kollateralversorgung der Hohlhand hin. Dann wird der Test wiederholt und die Arteria auf der anderen Seite wird geöffnet. In diesem Fall ist das die Arteria radialis. Sofern die Hand nach der Öffnung einer Arterie für mehr als 15 Sekunden plus bleibt, wäre der Ellen-Test positiv, also pathologisch. Im Zweifel sollte dann eine Doppler-Sonographie durchgeführt werden, um mögliche Stenosen genauer beurteilen zu können. Unsere Skripte zum EKG, aber auch zu den praktischen Fähigkeiten, Anamnese und körperliche Untersuchung findest du auf unserer Website mediminusnow.org. Als nächstes sollte man die Arterie tasten und markieren. Dabei sollte man besonders auf die Lagerung achten, denn das Handgelenk sollte sich in Dorsalextension befinden. Das kann man gewährleisten, indem man eine Unterlage verwendet oder aber die Hand durch ein Fixierpflaster an der Bettkante fixiert und so eine Dorsalextension erzeugt. Etwa 2-4 cm proximal des Handgelenks kann man die pulsierende Arteria radialis ertasten. Die Punktionsstelle kann man gegebenenfalls mit einer Spritze, wie im Video zu sehen ist, markieren. Als nächsten Schritt sollte die Punktionsstelle gründlich desinfiziert werden. Hierzu wird die markierte Punktionsstelle mehrfach mit Desinfektionsmittel besprüht, dann mit keimarmen Tupfern abgewischt und erneut mit Desinfektionsmittel besprüht. Bei der Einwirkzeit ist auf die Herstellerangaben zu achten. Nun sollte man die Stelle nicht mehr berühren. Jetzt folgt die arterielle Punktion. Falls du uns beim Aufbau von unserem Channel helfen möchtest, kannst du uns sehr helfen, indem du den Kanal abonnierst. Bei der Punktion tasten wir die Arteria radialis distal und proximal der markierten Punktionsstelle. Dann stechen wir mit dem Butterfly ca. in einem 30-60 Grad Winkel durch die Haut. Der Nadelschliff sollte dabei nach oben zeigen. Die Arterie ist getroffen, wenn man im Schlauch pulsatil helles, rotes Blut sieht. Das BGA-Röhrchen haben wir vor der Punktion schon mit dem Membranadapter an das Butterfly angeschlossen. Nun können wir das Blut aspirieren. Wenn das Röhrchen mit ausreichend arteriellem Blut gefüllt ist, sollte man es noch entlüften, damit es nicht zu verfälschten Werten in der Blutgasanalyse kommt. Nun muss natürlich noch die Punktionsstelle versorgt werden. Das Butterfly sollte dazu direkt in den Abwurfbehälter für scharfe Gegenstände entsorgt werden. Da auf Arterien natürlich auch ein größerer Druck wirkt, ist es hier besonders wichtig, dass die Punktionsstelle für 3-5 Minuten gut komprimiert wird. Die Kompression kann natürlich auch der Patient selbst übernehmen. Im klinischen Alltag wird auch häufig ein Stauschlauch über der Punktionsstelle angebracht. Dadurch hat man eine Art Druckverband und das Hämatom ist geringer. Dies haben wir hier einmal beispielhaft an der Ellenbeuge demonstriert, aber man kann das natürlich auch genauso gut am Handgelenk machen. Das entlüftete BGA-Röhrchen kann nun analysiert werden. Zur Auswertung der Blutgasanalyse haben wir eine eigene Videoreihe gemacht, die du in unserer Playlist zur Diagnostik finden kannst. Zum Thema venöse Blutabnahme, Legen eines intravenösen Zugangs und zur Abnahme von Blutkulturen haben wir jeweils eigene Videos erstellt. Schau auch gerne dort mal vorbei. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.